Leute, wir haben dann noch eine Kleinigkeit für das Wochenende für euch vorbereitet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die nächste Schlacht der Gilden steht an. Der Mirko steht schon bereit mit der Simic-Gilde. Wir werden hier mit der Aurelia für die Boros-Gilde antreten. Ich bin super gespannt, wie das laufen wird. Ein schönes Best-of-3 am Wochenende geht ja eigentlich immer, haben wir uns gedacht. Hier das Ganze natürlich dementsprechend aggressiv aufgebaut. Schön passend zur Boros-Gilde. Alle Flavor-Karten. Ich denke mir halt, je länger wir dem Simic-Deck Zeit geben werden, desto schlimmer wird das natürlich für uns. Also schön aggressiver Gameplan. Die ganzen Boros-typischen Karten. Ein paar Ausrüstungen, ein paar Burn-Spells. Natürlich nur die besten. Ihr seht am Ende mein persönlicher Klassiker. Die Lava-Axt habe ich heute einfach mal mitgenommen. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns auch sofort zur ersten Starthand. Viel Spaß! So, willkommen zur ersten Starthand. Ah, Länder sind da, aber null Kreaturen. Klar, wir haben die Aurelia. Ich glaube, wir nehmen hier den kostenlosen Malligen sofort zum Start. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Schöner Keep. Auf eine gute Runde. Gegen die gute Wannifah. Oh, die kann halt auch immer richtig, richtig gut sein. Kennen wir natürlich schon. Ich bin gespannt. Wir bauen sofort Druck auf. Je länger das hier dauert, desto schlimmer wird das für uns. Oh, das sieht schön aus. Wunderbar. Ja, der Ramp ist da. Zwar kein Mana-Elf. Aber das Signet ist am Start. Na gut. Angriff für 1. Hier passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Nächste Runde. Können wir pumpen und Mentoren. Wobei, gegen eine Wannifah. Die ist 2-4. Es geht schon los. Es geht schon los. Wir brauchen auf jeden Fall die Aurelia. Keine Removal am Start. Aha. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt nicht die Wannifah. Angst vor Removal. Ich glaube, ich hätte sie reingespielt. Jetzt haben wir auf jeden Fall den schönen Angriff. Den Pump heben wir uns auf, würde ich sagen. So, Benarit. Plus 2, plus 0. Einmal Angriff. Bonusmarke. Auf 21. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und wenn jetzt Wannifah kommt, können wir mit Aurelia auch relativ schön angreifen. Das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und danach können wir dann sogar mit allen angreifen, weil wir ein Pumpspell haben. Oder wir greifen nur an und zünden den Pumpspell. Ne, das ist zu gierig. Du kannst tappen. Tappen ist gar nicht schlecht, weil ihre Fähigkeit ist Hexereigeschwindigkeit. Und dann können wir die auch im Drawstep wegtappen. Auch ziemlich cool. Aber ich glaube, wir nehmen Aurelia. Ja, guten Tag. Ja, spielst du eine Runde mit? Wunderbar. Katze natürlich am Start. Fokus nicht verlieren. Wir machen halt nur den Angriff. Das lohnt sich halt sonst gar nicht. Aber ist okay. Für 5? Ich meine, warum nicht? Jetzt mal schauen, was Wannifar macht. Das kann halt super gefährlich werden. Oh, das kann super gefährlich werden. Wir kennen das Spiel. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Das kann eine Doppel-Wannifar-Aktivierung werden, wenn hier noch eine 2-Mana-Kreatur kommt. Oh, ich hoffe nicht. Komm, einfach hier enttappen. Eine 3-Mana-Kreatur. Das ist ja schon schlimm genug. Und ich glaube, wir müssen Chiora ignorieren und komplett auf Mirko Schaden machen. Alles andere können ein Problem werden. Okay. Das geht ja noch. Der wird wahrscheinlich sofort geopfert. Zieht aber zumindest die Bonuskarte. Mhm. Jetzt die Frage. Was kommt für 4? Oh, so. 5, 6, 7 wird das. Richtig übel. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Klassiker. Shark-Dog-Crap. Shark-Dog-Crap geht natürlich immer. 4, 4. Pumpen wir einfach die Aurelia. True-Fire-Captain ist halt auch ziemlich gut. Das kann der Shark-Dog-Crap ja auch handeln mit Adapt. Die Sache ist... Ne, wir müssen True-Fire-Captain legen. Ich habe kurz überlegt, ob wir Banneret pumpen. Aurelia aufs Banneret. Und dann wird hier nochmal... Nein, es wird eh mentort. Es wird eh mentort. Greifen die beiden einfach an. Sie gibt sich selber den Bonus. Und dann mentoren wir sie auf 4, 4 True-Fire-Captain. Das gefällt mir, glaube ich, am besten. Aurelia auf sich selbst. Ja, und auf Mirko. Je länger das dauert, desto schlimmer wird das. Und wenn jetzt durchgelassen wird... Ein schöner Angriff für 8. Wir haben hier noch den ein oder anderen Burn-Spell. Oh, wenn wir die Lava-Axt finden. Dann eskaliere ich hier komplett. Man kann halt auch hier den Aurelia-Attack machen. Ich meine, das ist eine Lightning-Helix. Wir können halt jetzt pumpen. Machen wir aber nicht. Nein, machen wir nicht. Vielleicht schießen wir auch einfach 3 Schaden so mal rüber. Und True-Fire-Captain hier jetzt richtig, richtig gut. Auch mit Mentor. Und so viel Schaden, wie sie bekommt, schießt sie auch Schaden auf Mirko. Das ist halt ziemlich gut. Wird wahrscheinlich vom Shark-Door-Crap getappt. Für 4. Dann kann man immer noch eine Kreatur spielen. Notfalls hier immer noch die Doppel-Wanny-Veraktivierung. Man kann ja auch... Ich wollte gerade sagen, Andersmarken auf den Shark-Door-Crap legen. Uh, das ist nicht gut. Hadanas Climb. Das ist richtig gut. Jede Runde eine Marke auf den Shark-Door-Crap legen. Und die enttappen ja eine Runde lang nicht. Uh, das ist auf jeden Fall nice. Sehr stark. Finde ich schon sehr stark. Hm. Wir haben aber immer noch hier die Tab-Fähigkeit. Guild-Mage könnte relevant werden. Können ja auch einen Blocker wegtappen. Wobei, sie ist 4-4. Warum sollten wir dann... Vielleicht sollten wir da einen Blocker wegtappen. Müssen wir mal schauen. Ja, das passiert halt. Da können wir nicht viel machen. Ich meine, wir haben hier drei Bonus-Schaden. Oh, Shark-Door-Crap greift an und wird geopfert. Ja, gut. Ja, wir nehmen auf jeden Fall 5. Lieber noch einen Goblin zum Angreifen. Das könnte wichtig sein. Und jetzt Doppel-Vanifar-Aktivierung. Der Spy. Adapt. Okay. Fliegt der Shark-Door-Crap ab jetzt? Ich meine... Uh, man könnte auch Shark-Door-Crap enttappen. Hat man einen sehr guten Blocker für Aurelia. Boah, hier geht so viel. Doppel-Aktivierung. Einfach-Aktivierung. Blocken mit einem Shark-Door-Crap. Das ist echt... Nicht schlecht. Aber wenn wir sowas ziehen wie... Alle können nicht blocken. Irgendwie sowas in die Richtung. Das gewinnt halt auch. Eine Feather mit einem Pump-Spell ist halt auch nicht schlecht. Ich meine, Ranger of Eos ist halt auch sehr verlockend. Aber Feather mit einem Pump-Spell, um die Aurelia zu beschützen. Sie kriegt ja auch Trampelschaden. Das ist viel zu verlockend, würde ich sagen. So. Leider können wir hier nicht... Großartig. Doch, wir könnten... Hier immer noch pumpen. Es können alle angreifen. Und blockt wahrscheinlich der Spider-Spider-Banneret, den Goblin. Müssen wir mal schauen. Ich meine, das wird auf jeden Fall ein Block. Aber egal, wie der Shark-Door-Crap blockt, wir können immer auf 5 kommen. Ja, Angriff mit allen. Auf jeden Fall. So, du mentorst dich selber. Ja. Und dann schauen wir uns mal die Blocks an. Uh, Shark-Door-Crap ist gut. Ich sag ja, wenn das jetzt hier ein, zwei Runden länger dauert, wir kommen da nie wieder raus. Das ist natürlich nice so. Mal, ihr blockt hier. Dann kriegt die Aurelia hier plus 2, plus 2. Wir kriegen den Zauber ja durch Feather-E zurück. Das ist halt super stark. Hier aktivieren wir auch. Damit auf jeden Fall alle Kreaturen sterben. Hier wird ein bisschen getrampelt. Plus 4. Das ist gut. Ich meine, wie gesagt, rechte Seite Intervention ist eine Lightning-Helix. Drei Schaden, drei Leben. Das kann sehr relevant werden. Für den Uro reicht es noch nicht. Ein Ronas ist okay. Okay, wir wissen auch schon mal, Ronas ist im Deck. Boah, das kann so scheppern. Für 6, 7... Es könnte ein Agent kommen. Wenn das Deck mit dem Agent gebaut ist. Ich hoffe auf viele Adept-Karten. Schön Simic-Flavor. Das war ja auch abgemacht. Aber ein paar gute Einzelkarten werden immer dabei sein. Und mit der Kiora, das ist nicht schlecht. Sauber. Die Adept-Karten. Der Scuttle-Gator. Scuttle-Gator. Kennt man. Kennt man. Aber wir haben ja auch so ein paar Spezialkarten im Deck. Der geht doch bestimmt. Jetzt die Frage. Was wird aus der 6? Ist es ein Agent? Der Klassiker? Nein! Pelaka-Wurm. Der Super-Klassiker. Nice. Ich liebe Pelaka-Würmer. Und die Lebenspunkte sind ziemlich, ziemlich gut. Aber das sollte trotzdem reichen. Ich meine, wir haben ordentlich Schaden in der Luft. Ein Pump-Spell. Und hier kann man nur einen blocken. Je nachdem, ob da jetzt noch was kommt. Sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also Pump oder Burn. Nice. Klar, das Familia zum Adepten. Darf auch nicht fehlen. Uh, das ist echt hier. Oh, noch ein Pump-Spell. Das wird auf jeden Fall gewinnen. Die Sache ist für 4. Wir können noch eine Kreatur mit Eile raussuchen sogar. Dann ist das allerdings auf jeden Fall der Pump-Spell. Aber dann können wir gut mentoren. Ja. Machen wir das noch. Das wird wahrscheinlich auch so reichen. Aber ich will den Ranger of Ears. Eigentlich sollte ich das nicht zeigen. Ich zeige nicht den Giant-Killer. Der wäre nämlich richtig gut. Wir können auch den Pelaka-Wurm einfach abschießen, theoretisch. Richtig, richtig gut. Aber ich wollte noch eine Runde mentoren. So läuft das ja hier. So, auf Aurelia. Dann Angriff mit Allen. Dann kommt Doppel-Mentor rein für den Dodger. Auch nicht schlecht, theoretisch. 3-3 unblockbar. Mir gefällt das Deck. Aber das war auf jeden Fall knapp. Das wird eine richtig harte Schlacht. Das war jetzt auch nicht die schnellste Eröffnung. Keine Mana-Elfen am Anfang. Nur, nur das Signet. Das ist zwar auch ziemlich gut. Aber ich glaube, das werden wir packen. Kurz gucken. Das sind 7 in der Luft. 12 in der Luft. 12 in der Luft. Fertig. 12 in der Luft. Alles gut. Und das sind auch nochmal 2 Schaden. Ah, nicht schlecht. Mit Feather. Haben wir uns das erste Spiel geholt. Den Kampf hätte ich ein bisschen schneller machen können. Aber wenn Mirko mich das hier zeigen lässt. Ja, es ist halt eh durch. Gut. Game. Wir hauen natürlich jetzt komplett drauf. Aurelia darf das hier beenden. Das erste Spiel geht an die Boros-Gilde. Ich glaube, das wird aber nicht einfach. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall zur zweiten Starthand. Weiter geht's. Und die nächste Starthand. Oh, die sieht gut aus. Da können wir auf jeden Fall sofort keepen. Auf eine gute zweite Runde. Ich meine, wir sind noch ein Punkt vorne. Aber die Hand ist wirklich gut. Auf jeden Fall Banneret Zug 1. Da können wir dann immer hier den Pump antäuschen. Falls da jetzt ein Mana-Elf kommt. So Incubation-Ruid. 0, 2. Dann kriegen wir auf jeden Fall einen Schaden umsonst. Dann irgendwie Stallward oder Challenger. Zug 3. Haben wir dann auch sehr schön was passend. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Land. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Land. Wir brauchen auf jeden Fall die Foundry. Greifen an. Wer weiß, ob da was reingeflasht kommt. Sicher ist sicher. Wir brauchen das Mana ja eh. Okay. Challenger? Oder Stallward? Na komm, du hast Erstschlag. Hauptsache, beides hat Mentor. Können die sich gleich hier schön hochpushen. Ah, ist eine Spirale. Klassiker. Nächste Runde. Wir haben halt nur ein weißes Mana. Das ist halt ein bisschen nervig. Können wir noch nicht beide legen. Seiden, wir ziehen genau das weiße Mana. Ein Land fehlt ja sowieso. Ah ja, Erstschlag. Das war gut. Also, und eine Incubation. Oh ja, der Flavor passt auf jeden Fall. SharktoCrap. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Und Legionnaire. Der fliegt zumindest. Dann können wir auch komplett drei Mana benutzen. Greifen alle an? Greifen alle an? Dann kann hier Benarit und Hybrid tauschen. Gefällt uns das? Muss nicht sein. Muss nicht sein, würde ich sagen. Weil wir eben so viel Mentor haben. Wenn wir jetzt ein Land ziehen, Aurelia, dann können wir auch hier schön hin und her mentoren. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser. Dann können wir auch Aurelias Effekt auf das Benarit legen und den Stallwort auf 3-3 schrauben. Aber erstmal schauen, was die Neoform macht. Und ich hoffe, wir ziehen das Land. Komm, Land. Ab geht's. Boah, die Reinforcements waren auch mal richtig stark. Der Aeromunculus. Lange nicht gesehen. Drei, vier fliegend. Ja, ein Tribunal wollen wir da jetzt nicht draufhauen, oder? Oder doch? Legen wir Kreaturen und das Tribunal. Marshall ist auch schon verlockend. Oder legen wir hier den Marshall? Ich glaube, ich lege den Marshall. Dann haben wir ein Mana mehr. So. Und dicht tappen wir mit. Dann können wir hier mentoren und es macht zumindest den gleichen Schaden. Und nächste Runde. Vielleicht können wir sogar die Aurelia überspringen, wenn wir das vierte Mana finden. Ich meine, zwei Kreaturen und alle plus eins plus eins. Doppel-Mentor. Da müssten wir dann sogar mal durchzählen. Oh, nice. Aber oh, ich wollte gerade sagen, super gefährlich. Das war halt leider ein langsamer Start. Wo sind die Mana-Elfen, wenn man sie mal braucht? Okay, das wären zwei Kreaturen dazu. Das sind dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Plus sechs wegen dem Pumpeffekt. 15 plus Mentor. Das ist lethal. Boah! Das Deck ist ziemlich aggressiv geworden. Dann Mentor. Zack. Zack. Wow. Good game. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bonusspiel. Was war das denn? Die Boros-Gilde. Einfach mal zack, zack. Das Land kam gut. Minus eins. Unfassbar. Leute, das Bonusspiel müssen wir hier auf jeden Fall machen. Wir sehen uns zur nächsten Starthand. Weiter geht's. So, die Bonus-Starthand ist gezogen. Und ja, das ist doch mal eine richtige Boros-Starthand. Auf jeden Fall Keep Mana passt. Sogar mit Command Tower. Auf ein gutes Bonusspiel. Ich meine, ihr wisst das. Ich liebe Vanifa. Ich will jetzt hier was sehen. Das Deck kann so eskalieren. Ich bin bereit. Auf jeden Fall. Aber mal schauen. Wir werden uns auch hier im Bonusspiel natürlich wehren. Okay, die Mana-Beschleunigung ist da. Okay, okay, okay. Okay. Hätte ich mal vielleicht doch nichts gesagt. Na, mal schauen. Ich meine, Flying Menace ist okay. Wobei, wir nehmen immer den Mentor als erstes. Doch, das gefällt mir, glaube ich, besser. Und dann können wir nächste Runde Land-Signet-Terror. Schauen wir mal. Je nachdem, was kommt. Ich würde ganz gerne halt auch die Vanifa in so einen schlechten Block reintricksen. Wir haben ja auch hier einen Pump-Spell. So, jetzt aber. Zug 4 Vanifa, oder? Und wir hatten nie das Removal. Wir hatten einmal ein Tribunal. Okay, das muss ja eine Falle sein. Was passiert jetzt hier? Settle the Wreckage kann es ja nicht sein. Ein Settle kann es ja nicht sein. Ja, greife ich erst mal an. Du gehst auf 2-2 mit Adapt. Was wird da reingeflasht? Irgendwas passiert da doch. Aber ist okay. Ich meine, wir haben einen Justice-Strike. Und wir haben plus 2, plus 2. Passiert gar nichts? Jedenfalls nicht im Kampf. Okay. Ja, dann bleiben wir dabei. Signet, Sky-Terror. Jetzt kommt ein Thrilled Mystic. Das wäre natürlich nervig. Ja, moin! Du hier! Ja, gut. Ja, okay. Dann kein Signet. Ist zum Glück auch nicht so wichtig. Das ist auch nicht so wichtig. Ist in Ordnung. Ja, dann kommt jetzt die Wannifarbe, oder? Nein! Mehr Mana! Wirklich? Ja, wobei... Ja, gut. Wenn da die guten Karten auf der Hand sind... Ah, hier die ganzen Simic-Karten. Ewig nicht gesehen. Finde ich richtig, richtig gut. Der aggressive Konterangriff. Von mir aus? Na, wir liegen aber jetzt erstmal Aurelia. Aurelia... Zu gut. Oh. Faktor geht auch immer. Sie gibt halt Trampelschaden. Ich denke jetzt nicht, dass das Ding blocken soll. Und wenn... Ich wollte gerade sagen, wenn das hier ein Kreaturen-Counter ist, wird 2 bitter. Aber nein. Läuft. Challenger. Los geht's. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Schaden machen. Nächste Runde. Aurelia wieder... Pumpt sich selber. Mentort den Challenger. Und Truefire-Captain. Sie finde ich auch so gut. Boros... Wie hieß er? Boros Reckener. Der 3-Mana-Minutauro. Der wäre so ähnlich. Sie jetzt als Ankammen. Ich finde die Karte super, super gut. Habe ich auch mal ein Building on a Budget mitgemacht. Wenn ich mich da richtig erinnere. Geht immer. Vanifar. Shapers of Nature. Was könnt ihr denn noch mal? Marken legen, Marken entfernen, Karten ziehen. Oh, eine Exaltation. Nicht unbedingt jetzt wichtig. Oh, das sind aber einige Blocker. Das sind aber einige Blocker. Greifen wir einfach erstmal an. Ist das ein Justice-Strike-Zug? Ich überlege, ob ich jetzt schon... ...einfach den 3-3er abschieße. Ich glaube schon. Und du gehst dann auf 3-4. Auf 3-4. Kommt nachher hier der Doppelblock. Das ist ja auch nicht so superperfekt dann. Ich glaube, wir müssen doch den Challenger pumpen. Wir schießen auf jeden Fall die Shapers ab. So. Ich glaube, dann pumpen wir hier. Wir brauchen hier ein bisschen mehr... ...ein bisschen mehr Power will ich hier. Je nachdem, was da für ein Block kommt. Ja. Und dann darf der Challenger die Aurelia mentoren. Ausnahmsweise. Ach, so hat mir das ein bisschen besser gefallen. Ich denke mal... Nicht der Frick, der Frick... Mystic blockt nicht. Soll wahrscheinlich geopfert werden. Na, ist okay. Wird hier nochmal Schaden genommen. Dann legen wir jetzt Sky Terror. Die Flieger können ja auch was reißen. Wobei, gleich kommt wieder der... ...die Haikrabe, der Sharkto-Crab. Der ist auch nicht schlecht. Mal gucken, was Wannifar jetzt macht. Ich meine, wenn da eine Karte dabei ist, die 5, 6 Mana kostet... Uff. Die U's will man nicht unbedingt opfern. Weil Wannifar ist auch eine U's. Die wird auch stärker davon. Oh, Simbikassett. Oh. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Jetzt könnte das sogar relevant werden. Wenn eine oder mehrere plus 1, plus 1 Marken... Ah ja. Immer wenn eine Marke kommt, kriegt das Ding auch einen Counter. Und bei 20 oder mehr Marken hat Mirko automatisch gewonnen. Und ich meine, das sind jetzt... Triggert das 3 Mal jetzt jede Runde mit der U's? Ich meine, wir haben fliegende Kreaturen. Das ist jetzt wohl der Plan. Ja. Das gibt 3 Marken sofort. Jetzt braucht der Challenger nicht mehr angreifen. Jetzt verteilen die hier die Marken untereinander. Und sie ist halt ein ultra guter Blocker jetzt. Ich glaube, das ist der Plan. Und Risk Factor könnte auch gut relevant werden. So, Aurelia. Da greift ihr beiden an. Ich meine, 8 Schaden. 10. Aber dann, nee. Das bringt einfach nichts. Wir spielen True Fire Captain. Nächste Runde haben wir ja eventuell gewonnen. Je nachdem, was die Vanifa macht. Ich meine, in dem Deck kann alles drin sein. Alles. Crawl Harponier. Selbst der könnte den Sky Terror abschießen. Aber das reicht nicht mehr. Aber der kann auch blocken. Aber es geht so einiges. Also ich denke nicht, dass wir gewonnen haben. Nicht unbedingt. Mal sehen. Wie viel Mana ist denn das? 5. 7. Ja, dem, was da auf der Hand ist. Kreatur legen. Ja, gut nachdenken. Gerne. Die paar Sekunden haben wir. Nochmal genau überlegen. Was ist alles im Deck? Was kann Fliegende handeln? Was fliegt vielleicht selber? Vielleicht ist irgendeine Sphinx drinne. Es gibt wirklich einiges. Rohrlesk ist auch 100%ig in dem Deck drinne. Wäre auch nochmal ein Flyer. Uh, und Rohrlesk macht Doppelproliferate. Ich meine, das sind, wenn er Rohrlesk stirbt, nochmal 6 Marken. Im Endstep sind es nochmal 3. Ist das Ding auf 12. Aber das reicht halt noch nicht, um den Angriff abzuwehren. Aber Rohrlesk plus irgendwas. So in die Richtung. Na, mal sehen. Jetzt kommt was für 6. Deswegen finde ich die Vanifa-Decks auch so cool. Man kann das Deck halt so super flexibel aufbauen. Gezielt Kreaturen raussuchen, wie den Scuttle Gator. Selbstverständlich. 6-6 Defender. Wird hier nochmal was enttappt? So, Kiora enttappt. Und dann der Agent. Ein Spark Double. Oh, wie gefährlich das sein kann tatsächlich. Mehr Uses. Schade, war keine Luftabwehr am Start. Oder halt hier nicht die passenden Mana-Kosten. Aber anscheinend Crawl-Hapenier war nicht im Deck. Aber richtig, richtig cool. Spark Double kopiert die Uses. Doppel Trigger. Boah, das sind 10 Marken auf die Ascendancy. Das ist tatsächlich wieder nur eine Runde. Hier fehlt nur eine Runde. Tatsächlich. Dann hätten wir einfach mal gegen die Ascendancy verloren. Oder Uses triggert. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Uses im Spiel. Zweimal die Königs-Us in 10 Marken. 10 darauf. Ey, richtig, richtig nice. Bei 15 ist die. Wir hätten nächste Runde einfach mal verloren. Übernächste Runde im Abkrieg. Übernächste Runde tatsächlich. War noch relativ safe. Die fliegenden Kreaturen sind halt ziemlich gut hier. Puh, gar nicht mal so schlecht. Aber auch hier die Boros-Karten, muss ich sagen. Die sind nicht schlecht. Danke für das Good Game. Das war richtig, richtig cool tatsächlich. Aber die fliegenden Kreaturen sind halt manchmal... Oh, einfach zu stark. Joa, kann nichts mehr blocken. Ein Schaden auf alles. Und die Kreaturen können nicht mehr blocken. Gut, das ändert natürlich so oder so alles. Also wir hätten das ja eh gepackt. Aber so hätte das locker gereicht. Ich habe das Deck halt auch schön aggressiv extra gebaut. Soll halt ein schönes Boros-Deck sein. Schade, hat es nicht gereicht für das Vanifa-Deck. Aber cooles Deck, schön gebaut. Ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Mirko für die Spiele. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Schlacht der Gilden auch gefallen hat. Denkt an den Daumen hoch, wäre super, super cool von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.